Die TTS Knowledge Nuggets Was ist ein TTS Knowledge Nugget? Ein Knowledge Nugget ist eine komprimierte, eigenständige, circa 6-minütige Lerneinheit, die unterhaltsam Wissen vermittelt und Interesse nach mehr Informationen weckt. Gelernt wird in unterschiedlichen Kategorien. Eine davon heißt Interkulturelle Kommunikation. In dieser Kategorie gibt es unter anderem Nuggets zu China, Brasilien, Indien und USA. Weitere Kategorien sind Medien und Kommunikation, Selbstentwicklung, Arbeit und Leben, Management und Leadership und viele weitere. Es gibt schon fertige Standard Nuggets über allgemeine Themen. Nach ihren Wünschen angepasste oder erstellte Custom Nuggets über beliebige andere Themen. Jedes Nugget beginnt im Normalfall mit einem Fallbeispiel, welches direkt erläutert, analysiert und gegebenenfalls korrigiert wird, bevor man weiterführende Informationen zum Thema in Form von kurzen Stichpunkten und einem PDF erhält. Veröffentlicht werden die Knowledge Nuggets über den Internet Explorer, über Safari auf dem iPad, sowie netzwerkunabhängig als iPad-App. Die Nuggets sind durchgängig hochwertig gestaltet, standardmäßig im TTS-Look. Sie können aber in Form und Farbe an ein anderes Corporate Design angepasst werden, natürlich auch mit Integration des entsprechenden Firmenlogos. Bis auf eine Ausnahme. Never touch the Nugget Logo. Auf einen Blick. Knowledge Nuggets sind Kurz und wertvoll. Für jedes Thema geeignet. Auf jedes Corporate Design anpassbar. Und jetzt in echt. Motivieren. Lernen. Informieren. Vielen Dank. TTS. The Knowledge Transfer Company. The Knowledge Transfer Company.